Willkommen bei Gesund. Mein Name ist Dr. Gerhard Kusatz und ich erkläre dir heute, was in deiner Gesundbox steckt. Die Produkte, die du vor dir siehst, sind von höchster Qualität und von mir medizinisch kuratiert. Begleitend zu den Produkten schenken wir dir hiermit einen Online-Videokurs. Den QR-Code für den Kurs findest du im Brief, welcher der Box beiliegt. Zum Kurs bekommst du außerdem noch ein Workbook. Im täglichen kleinen Häppchen wirst du Anregungen und wertvolle Informationen zum Thema bekommen und ich werde dir zeigen, wie du diese Anregungen in dein Leben integrieren kannst und ich wünsche dir viel Freude mit diesem Geschenk. Das erste Produkt, das ich dir in deiner Immunbox gelegt habe, das ist das Chiaöl. Es ist besonders reich an wertvollen Omega-3-Fettsäuren und warum diese so bedeutsam sind, erkläre ich dir nun. Und ich möchte jetzt nicht dramatisch klingen, aber Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig für uns. Und trotzdem ist es so, dass wir mit unserer westlichen Ernährung einfach nicht genug aufnehmen bzw. ein zu viel an anderen Fettsäuren haben, die mit ihnen in Konkurrenz treten. Mit dem Chiaöl kannst du also nun den Anteil von Omega-3-Fettsäuren in deiner Ernährung steigern, was den positiven Effekt hat, denn sie wirken entzündungshemmend, sie verbessern die Fließeigenschaften deines Blutes, sie wirken auf dein Gehirn positiv und auch auf deine Stimmung, denn in zahlreichen Studien haben sie bewiesen, dass sie nicht nur angstlösend wirken, sondern auch vorbeugend und heilend bei Depressionen. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss, Chiaöl schmeckt fantastisch, du kannst es entweder pur einnehmen auf einem kleinen Löffel oder Gerichte wie Suppen, warme Speisen, Müsli oder Salate damit verfeinern und deinen Anteil an Omega-3-Fettsäuren erhöhen. Zweites Produkt in deiner Box ist das Immunoximel. Oxy was? Oximel ist eine uralte Medizin. Sie ist eine Mischung aus Honig und Essig und beide entfalten im Oximel ihre Superpower. Gemeinsam ziehen sie die Wirkstoffe und Heilstoffe aus den Pflanzen, die eingelegt wurden und somit entfalten sie ihre gesamte immunstärkende Kraft. Sie wirken positiv auf das Mikrobiom, auf unsere Darmfreunde und enthalten Vitamin C und andere wichtige pflanzliche Nährstoffe. Für die optimale Wirkung nimmst du einen Esslöffel Oximel pro Tag ein. Verdünne diesen Esslöffel mit Wasser. Auch Kindern schmeckt Oximel hervorragend. Alle Kinder ab dem 13. Lebensmonat können dieses Genießen und ihr Immunsystem damit stärken. Besonders gut schmeckt Oximel auch nach dem Sport und körperlicher Anstrengung und es wirkt isotonisch, gibt deinem Körper also alle benötigten Nährstoffe zurück. Last but not least habe ich dir den Reishi beigefügt. Seit Jahrtausenden begleitet uns dieser Pilz, der mit deutschen Namen Luckballing heißt. In Japan und China hat man ihn Pilz der Unsterblichkeit und göttlicher Heilpilz genannt. Und das gibt einen Hinweis darauf, wie wichtig und wertvoll dieser Pilz für unsere Gesundheit ist. Besonders gut für das Immunsystem sind nicht nur die B- und D-Vitamine, die enthalten sind, sondern die hohe Menge an Polysacchariden. Diese besondere Wirkstoffgruppe, die wurde bereits eingehend erforscht und es gibt viele Hinweise darauf, dass sie einen essentiellen Faktor in der Bekämpfung von entartenden Zellen sind. In Japan und in den USA wird Reishi, Begleitend zur Krebstherapie eingesetzt. Die Kapseln enthalten das Extrakt des Reishi Pilzes. Das bedeutet, mit einem speziellen Verfahren wurde auf natürliche Art und Weise der Wirkstoff und die Konzentration dieser wertvollen Substanzen noch erhöht. Nimm die Kapseln so ein, wie du es auf der Verpackung siehst. Solltest du die Dosierung verändern wollen oder hast du Fragen, ob es mit deiner Medikation einhergeht, dann konsultiere bitte einen Arzt oder eine Ärztin, die kundig sind. Wir wünschen dir, deinem Körper und deinem Immunsystem alles Gute und viel Kraft und freuen uns, dass du Teil von unserer Gesundfamilie bist.